Hallo und jetzt kommt es zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie versprochen gibt es heute das Fragen und Antworten Video, was ich vor, keine Ahnung, ein paar Tagen, vor einer Woche oder so, mal hochgeladen habe, da wo ihr mir Fragen stellen konntet. Und in diesem Video werde ich mal die Fragen beantworten. Fangen wir jetzt mal mit der ersten Frage an. Und zwar, die kommt von Ralfus und er sagt, kann ich das Video beenden? Ja, darfst du. Jo Leute, das war es jetzt vom Video, ich will die Fragen nicht mehr beantworten, weil ich zu faul bin. Tschüss. Ich bin so witzig. Jetzt geht es weiter mit den nächsten Fragen. Also einfach Lara und Shadow haben fast die gleichen Fragen gestellt. Und zwar, wie heißt du in Real Life, wie alt bist du und was spielst du noch außer Minecraft? Hat Lara geschrieben. Und Shadow hat geschrieben, wie alt bist du und welche Spiele spielst du außer Minecraft? Und ich bin 16 Jahre alt, heiße Simon. Und was ich noch außer Minecraft spiele, es ist jetzt auch nicht allzu viel, ist Ozu. Müsst ihr einfach mal googeln, das kennt bestimmt kein Mensch von euch. Und noch Need for Speed, aber das müsste eigentlich ja jeder von euch kennen. Und Shadow hat mir noch zwei Fragen gestellt. Und zwar, wie denkst du über die Zukunft deines Kanals? Also, ich denke mal, dass die etwas positiver ausfallen wird. Also, in vier Monaten ungefähr will ich mir einen neuen PC holen, weil ich gerade spare für einen neuen PC. Und in ungefähr vier Monaten habe ich ausgerechnet, habe ich dann das Geld zusammen. Und deswegen kann ich dann besserer Qualität aufnehmen. Da habe ich auch mal mehr Lust aufzunehmen, weil ich brauche immer ultra viele Jahre, um mal ein Video hochzubringen. Weil erstens mein Aufnahmeprogramm Schrott ist. Da muss ich das erstmal durch 1000 Programme schicken, also diese Aufnahme. Dann muss ich das erstmal in mein Schnellprogramm reintun. Dann stürzt mein Schnellprogramm die ganze Zeit ab beim Rendern. Ja, da kommen sehr viele Komplikationen. Ich muss halt 50.000 Zwischenschritte machen, bevor ich ein Video mal richtig rendern kann und hochladen kann. Aber, wenn ich noch einen PC habe, denke ich mal, dass die Probleme mal behoben sind. Und dann hat mir Shadow noch eine Frage gestellt. Und zwar, wie stehst du zu Julians Blog? Ja, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, weil ich davon noch nie ein Video geguckt habe. Und ich glaube, das ist irgendwas mit Rappen oder so. Aber ich bin nicht an Rap interessiert. Also, kann ich dazu jetzt leider nichts sagen. Die nächste Frage hat mir Pixelfighter8 gestellt und er fragt mich, wie viel wiegst du? Und ich wiege ungefähr 72 Kilogramm und bin 1,70 Meter groß ungefähr. Also geht's noch so halbwegs mit dem Gewicht. Dann hat mir Jonas die Frage gestellt, was ist deine Lieblingspizza? Und das ist Pizza Salami. Ja, auch nichts Spektakuläres. Dronemc hat mir die Frage gestellt, was ist dein Lieblingstier? Und die Frage kann ich jetzt nicht allsehäftig beantworten, weil ich mir darüber eigentlich wirklich noch nie so wirklich Gedanken gemacht habe. Ich weiß es jetzt irgendwie komisch an, aber vielleicht irgendwie ein Drache oder so. Irgendwas, was viel Macht hat und fliegen kann. Keine Ahnung, ich kann die Frage nicht richtig beantworten. Tut mir leid, aber das ist meine Antwort darauf. So, dann hat mir Ralfus noch eine Frage gestellt und zwar, ist deiner Meinung nach Minecraft tot oder spielen das noch so viele Leute wie zum Beispiel in 2015? Also, das spielen auf gar keinen Fall so viele Leute wie in 2015, weil früher war das ja immer so, dass man nie auf Gommel kam, weil halt 20.000 Spieler halt immer drauf waren. Die Premium-Spiele hatten halt immer extra Rang. Das waren, deswegen waren manchmal irgendwie 21.000 Leute drauf, obwohl nur 20.000 drauf können. Deswegen hat man da immer gecampt und dann die ganze Zeit eingeloggt, ging nicht, eingeloggt, ging nicht und dann irgendwann mal hat es halt geklappt. Und heutzutage ist es ja so, dass da irgendwie nur noch zu Hochzeiten, also so gegen 18 Uhr oder 19 Uhr oder so, sind irgendwie nur noch höchstens 6.000 Leute drauf und das ist ja eigentlich gar nichts mehr. Deswegen, keine Ahnung, sage ich zwar, dass Minecraft an sich unbeliebter geworden ist, aber ich sage jetzt nicht, dass es tot ist, weil man kommt ja trotzdem noch in Sky-Boss-Runden rein oder Ender-Games oder so. Es gibt zwar halt nicht mehr so ultra viele Runden wie früher, dass jede nach einer Millisekunde voll war, aber man kommt trotzdem noch in Runden rein, man kann diese noch normal spielen. Und, ja, ich würde jetzt mal sagen, nicht, dass Minecraft tot ist. Minecraft PvP an sich verliert jetzt so langsam an Spieler, aber ich denke mal, dass die anderen Bereiche, wie zum Beispiel Minecraft Mod-Packs oder was weiß ich, was es da alles gibt, werden noch teilweise relativ häufig gespielt. Es gibt ja heutzutage noch Mod-Projekte, die sich noch angeschaut werden, also denke ich mal nicht, dass Minecraft komplett tot ist. Das habe ich ja, glaube ich, auch schon viermal gesagt. Hä? Dann hat mir LouisLP eine Frage gestellt und zwar, hast du vor, Facecam zu machen? Und da würde ich jetzt mal spontan sagen, nein, weil ich keine Facecam machen will. Sehr tolle Antwort, keine Ahnung, ich möchte mich nicht zeigen. Hat verschiedene Gründe, zum Beispiel Privatsphäre und so weiter. Ich glaube sogar, vor einem Jahr oder so hatte ich sogar auch schon mal so ein Fragen- und Antworten-Video gemacht und da hatte ich auch gesagt, wegen Privatsphäre würde ich keine Facecam machen. Und da hat er mir noch eine Frage gestellt, machst du mal einen eigenen Server? Also eigentlich hätte ich schon Lust darauf, aber ich habe gehört, dass es ultra viel Arbeit mit sich bringt und das ultra lang dauert und so weiter. Aber irgendwann mal, wenn ich vielleicht mal ein bisschen mehr Abonnenten habe, falls das irgendwann mal passiert, werde ich vielleicht mal versuchen, einen eigenen Server zu machen. Also ich hätte schon Lust darauf. Aber in naher Zukunft habe ich jetzt noch keine Pläne, irgendwie irgendwann mal einen Server aufzumachen. Dann hat mir Penguin eine Frage gestellt und zwar, hast du mal vor, mit YouTube leben zu können oder möchtest du gar nicht so groß werden? Also ein Traum von mir ist es eigentlich schon immer gewesen, mit YouTube so ein bisschen größer zu werden, mit, keine Ahnung, 10.000 Abonnenten, 100.000 Abonnenten. Aber, also, hört sich jetzt irgendwie pessimistisch an und überhaupt nicht, keine Ahnung, selbstbewusst oder so. Aber ich denke mal nicht, dass ich überhaupt mal so groß werden werde. Gott, hört sich das richtig an? Egal. Auf jeden Fall denke ich nicht, dass ich irgendwann mal so groß werde, dass ich irgendwie damit leben könnte, weil die Gaming-Szene auf YouTube wird halt irgendwie ein bisschen, also die wird nicht mehr so gehypt wie früher. Ja, klar, man kann jetzt Fortnite spielen, aber PC ist so schlecht dafür, aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwelche Spiele spielen, die gehypt werden und nur um Geld zu verdienen oder so. Ich möchte halt das machen, worauf ich Lust habe. Und Fortnite ist halt so ein Spiel, was mir nicht so wirklich gefällt. Aber passend zu der nächsten Frage, die du mir gestellt hast, was sagst du zu Fortnite, auch wenn du es nicht spielen kannst, würdest du es spielen wollen? Also, ja, wie ich halt gerade gesagt habe, ich möchte jetzt nicht irgendwelche Spiele spielen, die gehypt sind, nur irgendwie, um mehr Aufrufe zu kriegen oder so. Also, passt halt zur letzten Frage, auch wenn du nur gesagt hast, ob ich das spielen würde und nicht aufnehmen werde. Aber ich würde es einfach mal austesten, ob das wirklich so toll ist, wie alle sagen, weil, ja, wie gesagt, ich habe es halt noch nie gespielt. Und, ja, ich würde es einfach mal so austesten, ob mir es wirklich gefällt, weil richtig viele von meinen Freunden, die ich kenne, spielen das Spiel halt und deswegen wollte ich das auch mal austesten. Aber, ja, wie gesagt, mein PC ist so schlecht dafür. Ich kann das erst gar nicht starten, weil mein PC halt gar nicht die Mindestanforderungen erreicht. Dann hat mir Ralf jetzt noch eine Frage gestellt und er fragt mich, willst du irgendwann mal deinen PC aufrüsten, um aktuellere Spiele spielen zu können und auch in 1920x1080 aufnehmen zu können? Du hattest doch mal irgendein Problem mit Camtasia, das Programm heißt also, Camtasia ist mein Schnellprogramm. Also, wie ich ja gerade schon gesagt habe, habe ich in ein paar Monaten, wenn das Geld reicht und so weiter und falls alles klappt, habe ich dann einen neuen PC und damit werde ich, denke ich mal, schon eine 1080p aufnehmen können. Also, ja, und aktuellere Spiele, ich muss mal gucken, ich spiele halt nicht so oft verschiedene Spiele, jetzt zum Beispiel irgendwie GTA oder so. Ich habe da, in solchen Spielen habe ich jetzt noch nie irgendwie die Freude gefunden, das aktiv spielen zu wollen, aber vielleicht, wenn bis dahin irgendein Spiel rausgekommen ist, was mir richtig gefällt, dann könnte ich mir schon vorstellen, das mit 1080p aufzunehmen und auf YouTube hochzuladen und so weiter und so fort. So, dann hat er mir noch eine Frage gestellt und zwar, hast du auch andere Menschen in deinem Leben, mit denen du Videos machen könntest? Mit Lars ist genug. Und dazu kann ich sagen, dass es halt ziemlich schwierig ist, in meinem Alter, also mit 16 Jahren, Leute zu finden, die noch Minecraft spielen wollen und gleichzeitig auch noch mit dir aufnehmen wollen, weil die meisten sagen, ja, Minecraft ist doch eh nur was für 12-Jährige, das ist doch eh nur irgendwas Peinliches, was mit der schlimmsten Community aller Zeiten. Und solche Leute gibt es halt ziemlich häufig und du musst mal einen finden in meinem Alter, der Spaß an Minecraft hat und mit dir auch noch aufnehmen will, sodass es dem nicht peinlich ist, dass der Minecraft spielt. Ja, in letzter Zeit macht mir eigentlich nur Minecraft am meisten Spaß und ich möchte jetzt auch nicht, wie ich schon gerade eben gesagt habe, mich zu irgendwas zwingen, irgendwelche anderen Spiele zu spielen, die mir eigentlich gar keinen Spaß machen, aber halt, keine Ahnung, im Hype sind oder halt auch nicht im Hype sind. Ich möchte halt Spiele aufnehmen, zu denen ich halt auch Lust habe. Keine Ahnung, ich finde halt nicht so viele Spiele, die mir halt so richtig gefallen, weil ich spiele halt ein Spiel und dann spiele ich es für eine Woche und dann habe ich irgendwie keinen Spaß mehr dran, weil dann das immer nur noch das Gleiche wird. Ist zwar in Minecraft genau das Gleiche, aber irgendwas hat es in Minecraft, was mich immer noch fesselt. Ich weiß nicht, was das ist, aber in letzter Zeit macht mir einfach nur Minecraft am meisten Spaß. Ich habe schon viele Spiele getestet, aber die machen mir alle nicht so viel Spaß, sodass ich das aufnehmen wollen würde und so weiter. Und du hast ja auch noch geschrieben, mit Lars ist genug und du hast ja mir immer gesagt, dass dein Lieblings-Youtuber zum Beispiel jetzt GLP ist und der nimmt ja eigentlich auch immer nur mit den gleichen Leuten auf, also meistens mit Paluten. Und früher hat er eigentlich fast immer nur mit Paluten aufgenommen, zum Beispiel jetzt dieses Minecraft Murder und wie das alles auch hieß. Jetzt hat er auch ein paar Projekte mit ihm gehabt, dieses Captive und so weiter. Und Lars ist halt eine Person, das ist halt einfach so eine Freundschaft, die vielleicht für immer erhalten wird, weil wir ungefähr die gleichen Sichtweisen bei bestimmten Themen haben. Oder irgendeiner verändert sich von uns, keine Ahnung, falls du verstehst, wie ich es meine. Und da hat mir Penguin HD noch eine Frage gestellt, und zwar, Was hältst du vom neuen Katja-Song? Dicke Lippen. Und vielleicht kommt dir noch so ein Typ bekannt vor, der irgendwie 24 Stunden sich das Lied angehört hat, dieser Mibu oder so, wie der hieß, ich weiß nicht mehr. Und da habe ich mir das Lied eigentlich zum ersten Mal angehört und da habe ich mir so gedacht, was ist das denn für ein Lied? Und das kann man sich halt 100% bei dieser Katja halt vorstellen. Aber mir hat der Song jetzt nicht so wirklich gefallen. Aber das Lied, was die davor gemacht hat, hat mir auch nicht so wirklich gefallen. Also solche Lieder gefallen mir sowieso nicht so wirklich. Ja, also ich halte nicht viel von einem Lied, also mir gefällt es nicht so wirklich. Aber ist halt meine Meinung, wenn es euch gefällt, dann gefällt es euch. Wenn es euch nicht gefällt, dann seid ihr gleich ein Meinung wie ich. Und falls jetzt irgendeiner fragt, was mir daran nicht gefällt, also zum einen der Songtext, das ist ja eigentlich auch klar. Keine Ahnung, ich finde dieses Electronic-Dings im Hintergrund, finde ich auch nicht so wirklich toll. Also es gefällt mir nicht so wirklich. Aber das war es jetzt vom Video und falls ihr noch irgendwie, keine Ahnung, Fragen an mich habt oder irgendwas nicht verstanden habt, was ich hier gesagt habe zu eurer Frage, dann könnt ihr mir das ja in den Kommentaren schreiben. Und da werde ich dann versuchen, das so ausführlich wie möglich dann nochmal zu beschreiben und zu erklären und so weiter. Und ja, das war es dann jetzt eigentlich auch schon vom Video und ich hoffe, es hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr auch ein Däumchen nach oben da lassen. Das würde mich mir immer sehr freuen und ich wünsche euch dann auch einen schönen Tag und Tschüssi!